Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, liebe Studentinnen und Studenten. Wir haben inzwischen die erste Hälfte der Vorlesung insgesamt hinter uns gebracht, haben in der aus den letzten beiden Videos bestehenden fünften Vorlesung, jedenfalls zeitlich, die Bergkuppe betreten und beginnen jetzt mit der sechsten Vorlesung langsam den Weg nach unten. Dabei sind wir inhaltlich noch immer bei Immanuel Kant, dessen epochale Neuvermessung des Glücks- und Moralfeldes uns im gesamten zweiten Hauptteil der Vorlesung beschäftigt. Schauen wir noch einmal auf die Gesamtgliederung. Wir bewegen uns jetzt nach den Hinweisen zur Epoche, Leben und Werk unseres Philosophen und der eingehenden Behandlung der kantischen Verhältnisbestimmung von Freiheit und Moral, in dem Kant-Abschnitt, der ausdrücklich das Verhältnis von Moral und Glück behandelt. Dabei ist konkret zu zeigen, wie Kant versucht hat, auf der Grundlage einer Ausklammerung des Glücksgedankens aus dem Begründungszusammenhang der Moral, die so gekappte Verbindung zwischen Moral und Glück wiederherzustellen. Dies aber in der Weise, dass die Pointe seiner moralphilosophischen Innovation unangetastet bleibt. Diese Absicht schlägt sich in der Abfolge der drei geplanten Unterabschnitte nieder. Zunächst wird gezeigt, wie sich aus der bisher dargestellten Verhältnisbestimmung von Freiheit und Moral gleichsam unausweichlich eine Exklusion des Glücksgedankens aus der Ethik ergibt. Allerdings zielte diese Exklusion niemals auf eine vollständige Eliminierung des Glücks als eines Themas der Moralphilosophie. Es ging lediglich darum, den Stellenwert des Glücksgedankens in der Ethik neu zu bestimmen. Der Ausklammerung des Glücksgedankens aus dem Begründungszusammenhang der Moral folgte daher eine Rückgewinnung des Glücksbegriffs unter pflichtethischem Vorzeichen. Bei dieser Rückgewinnung spielte nun die Religion eine wichtige Rolle. Die komplexe und viel diskutierte kantische Verhältnisbestimmung von Glück bzw. Glückseligkeit einerseits und Religion andererseits ist deshalb der Gegenstand des dritten und letzten Unterabschnitts meiner Ausführungen zu Moral und Glück bei Kant. Ich komme damit zu Abschnitt 2.1 und behandle im folgenden Kants Exklusion des Glücks aus dem Begründungszusammenhang der Moral. Wir erinnern uns, im Blick auf handlungsorientierende Prinzipien, die wirklich als Gesetze gelten können, hatte Kant gefordert, dass sie lediglich einen formalen und keinen materialen Geltungsgrund haben dürfen. Zitat Kant, wenn ein vernünftiges Wesen sich seine Maximen als praktische allgemeine Gesetze denken soll, so kann es sich dieselbe nur als solche Prinzipien denken, die nicht der Materie, sondern bloß der Form nach den Bestimmungsgrund des Willens enthalten. Bei der damit geforderten Unabhängigkeit von materialen Bestimmungsgründen des Willens handelte es sich nach Kant um genau diejenige praktische Freiheit, die für ihn das Realisierungsmedium der Moral darstellte. Es gilt also, eine Voraussetzung für den Vollzug von Moralität ist die Unabhängigkeit von materialen Bestimmungsgründen des Willens. Nun hat Kant diesen Sachverhalt im direkten Umfeld des gerade erneut angeführten Zitats mit einer Grundsatzkritik am Begriff des Glücks bzw. der Glückseligkeit verbunden, sofern dieser Begriff als ein Moralphilosophischer Leitgedanke fungiert. Bei Kant liest sich das so. Alle materiale praktische Prinzipien sind als solche insgesamt von einer und derselben Art und gehören unter das allgemeine Prinzip der Selbstliebe oder der eigenen Glückseligkeit. Kant ist damit, wie es Dieter Henrich einmal ausgedrückt hat, zum ersten Kritiker des Begriffes der Glückseligkeit geworben. Hier liegt tatsächlich eine epochale Zäsur vor, die mit Recht als kopernikanische Revolution, als kopernikanische Wende bezeichnet werden kann. Natürlich hat es in der Ethik seit Sokrates immer wieder glückskritische Tendenzen gegeben. So hatten wir gesehen, dass etwa Augustinus die vorchristlichen Glückslehren einer Radikalkritik unterzogen hatte. Und auch Thomas von Aquin hatte bei aller Anknüpfung an Aristoteles dessen Verständnis von Eudaimonia als jedenfalls ergänzungsbedürftig betrachtet. Aber weder Augustinus noch Thomas hatten ihre, mehr oder weniger scharfe Kritik gegen den Glücksbegriff selbst gerichtet. Es war vielmehr nur darum gegangen, ein falsches bzw. defizitäres Verständnis dessen auszuräumen, was sachgerecht unter Glück oder Glückseligkeit zu verstehen ist. Dagegen hat Kant diese traditionelle Glücks- und Lustkritik dadurch überboten, dass er in seinen ethischen Hauptschriften den Glücksbegriff selbst zur Diskussion gestellt hat. Dadurch, und hier wird die genannte epochale Zäsur greifbar, werden der Sinn und das Recht einer gedanklichen Ausrichtung auf weit grundsätzlicher zum Problem. Mit der in der Einleitungsvorlesung schon erwähnten Konsequenz, dass es infolge der kantischen Neuorientierung im deutschsprachigen Bereich zu einem, Zitat Jörg Lauster, Verschwinden des Glücks aus den intellektuellen Debatten gekommen ist, eine Entwicklung, die von der evangelischen Theologie im 19. Jahrhundert konsequent mitvollzogen wurde. Doch zurück zu Kant. Die Frage ist nun, wie ist seine Kritik des Glücksbegriffs im Einzelnen argumentativ ausgestaltet? Dabei ist nochmals daran zu erinnern, dass die von ihm für praktische Gesetze geforderte Unabhängigkeit von materialen Bestimmungsgründen des Willens dasselbe ist wie eine Unabhängigkeit vom Naturgesetz der Begierden und Neigungen. Wenn dagegen materiale Gründe den Willen bestimmen, dann ist der Handelnde geleitet von der, wie es bei Kant heißt, Empfindung der Annehmlichkeit, die das Subjekt von der Wirklichkeit jenes Gegenstandes erwartet, der die Materie bildet. Die Materie, auf die das Begehrungsvermögen gerichtet ist. Das Stichwort Empfindung der Annehmlichkeit bildet nun die Überleitung zur Kritik am Glücksbegriff. Nun ist aber das Bewusstsein eines vernünftigen Wesens von der Annehmlichkeit des Lebens, die ununterbrochen sein ganzes Dasein begleitet, die Glückseligkeit. Also sind alle materiale Prinzipien, die den Bestimmungsgrund der Willkür, in der aus irgendeines Gegenstandes Wirklichkeit zu empfindenden Lust oder Unlust setzen. So fern gänzlich von einerlei Art, dass sie insgesamt zum Prinzip der Selbstliebe oder eigenen Glückseligkeit gehören. Was hier formuliert ist, ist zunächst einmal eine konsequente Reduktion des Glücksbegriffs auf Selbstliebe und damit Egoismus sowie auf Hedonismus, also jene Lebensanschauung, nach der die Freude bzw. Lust, griechisch Hedonä, als Motiv und Zweck des Handelns gilt. Konkret im Blick auf Kant wird hier von einer Kritik am sogenannten Eudämonismus gesprochen, also an jener Lehre, nach der das Glücksstreben, das Streben nach Eudaimonia, als das eine elementare Datum der menschlichen Natur gilt. Eudämonismus, Egoismus, Hedonismus gehören bei Kant in dieselbe ethische Grundkategorie. Alle Eudämonisten sind praktische Egoisten, so heißt es ausdrücklich an einer anderen Stelle seines Werkes. Kants hedonistische Reduktion des Glücksbegriffs wird gern kritisiert. Die antiken Strebenskonzeptionen, so heißt es etwa bei Christoph Horn, denken mehrheitlich in Begriffen rational vorteilhafter oder handlungstheoretisch verbindlicher Ziele, nicht in Begriffen der Wunscherfüllung. Das ist zweifellos richtig, verfehlt aber die Pointe von Kants Ethik speziell seiner Glückskritik. Denn, dies hat in jüngerer Zeit insbesondere Johann Hinrich Clausen deutlich gemacht, Kant ging eben anders als seine moralphilosophischen Vorgänger nicht mehr davon aus, dass das Glücksstreben das eine und einzige elementare Datum der menschlichen Natur darstellt, dass es dann in einem stufenweisen Bildungsprozess ethisch zu sublimieren und zu kultivieren gelte. Dem stellt, so Clausen, Kant die Behauptung entgegen, es gebe im Menschen nicht nur einen, sondern zwei gleichermaßen elementare Grundimpulse, die sich nicht aufeinander reduzieren und nicht miteinander vermitteln ließen. Zum Ersten das Glücksstreben, insofern nämlich der Mensch ein sinnlich affiziertes Naturwesen ist. Und zum Zweiten das Bewusstsein des sittlich Guten, insofern der Mensch ein sich selbst frei bestimmendes Vernunftwesen ist. Hier wird erneut der Zusammenhang zwischen Kants Verständnis der praktischen Freiheit als Unabhängigkeit von materialen Bestimmungsgründen des Willens einerseits und seiner Kritik an der moralphilosophischen Zentralstellung des Glücks beziehungsweise der Glückseligkeit deutlich. In Kants eigenen Worten, wenn Eudämonie, das Glückseligkeitsprinzip, statt der Eleuteronomie, des Freiheitsprinzips der inneren Gesetzgebung, zum Grundsatz aufgestellt wird, so ist die Folge davon Euthanasie, der sanfte Tod aller Moral. Ganz kurz gesagt, Freiheit und Moral gehören ebenso zusammen wie Glück und Unmoral. Kant hat sich allerdings nicht darauf beschränkt, das Glückseligkeitsprinzip im Namen des Freiheitsprinzips der inneren Gesetzgebung zurückzuweisen, sondern er hat auch zwei sozusagen Glücksethik interne Argumente aufgeboten, die zeigen sollen, dass auf der Grundlage des Eudämonismus kein moralisches Gesetz formuliert werden kann. Dabei wird zunächst die anthropologische Unhintergehbarkeit des Glücksgedankens eingeräumt, ja sogar betont. Glücklich zu sein, so schreibt Kant, ist notwendig, das Verlangen jedes vernünftigen, aber endlichen Wesens und also ein unvermeidlicher Bestimmungsgrund seines Begehrungsvermögens. Denn die Zufriedenheit mit seinem ganzen Dasein ist ein durch seine endliche Natur selbst ihm aufgedrungenes Problem, weil es bedürftig ist. Diese für den Menschen als endliches Vernunftwesen konstitutive und nicht zu überspringende Bedürftigkeit nach Zufriedenheit mit seinem ganzen Dasein führt allerdings dazu, dass der seiner Bedürftigkeit handelnd Rechnung tragende Mensch in praktischer Hinsicht eben nicht frei ist, sondern er wird bestimmt, man könnte sagen fremdbestimmt, von dem, dessen er zur Herstellung seiner Zufriedenheit bedarf. Sofern aber dasjenige, dessen er zur Herstellung seiner Zufriedenheit bedarf, eine Materie seines Begehrungsvermögens ist, ist er nicht unabhängig von materialen Bestimmungsgründen des Willens. Daraus wird das erste Argument abgeleitet. Weil dieser materiale Bestimmungsgrund von dem Subjekte bloß empirisch erkannt werden kann, ist es unmöglich, diese Aufgabe, gemeint ist die Herstellung der Zufriedenheit mit seinem ganzen Dasein, als ein Gesetz zu betrachten, weil dieses als objektiv in allen Fällen und für alle vernünftige Wesen eben denselben Bestimmungsgrund des Willens enthalten müsste. Typisch für ein Gesetz, so kann man diese Formulierungen verstehen, ist die Gültigkeit in allen Fällen, die unter das Gesetz subsummiert werden können. Wollte man nun das Streben nach Glück im Sinne von Daseinszufriedenheit wirklich als Moralgesetz verstehen und es zur Grundlage der Ethik machen, dann müssten alle Menschen auf dieselbe Weise glücklich werden wollen. Der Begriff des Glücks oder der Glückseligkeit suggeriert nach Kant zwar eine grundsätzliche Selbigkeit des menschlichen Strebens, aber dieser Begriff ist nach Kant, Zitat, doch nur der allgemeine Titel der subjektiven Bestimmungsgründe und bestimmt nichts spezifisch. Kant weiter, worin nämlich jeder seine Glückseligkeit zu setzen habe, kommt auf jedes sein besonderes Gefühl der Lust und Unlust an. So subjektiv notwendig das Glücksstreben auch sein mag, ein objektiv gültiges Gesetz kann daraus nicht gewonnen werden. Das in der Selbstliebe gegründete menschliche Bedürfnis nach Lebenszufriedenheit ist lediglich geeignet als Ausgangspunkt der Formulierung von Geschicklichkeitsregeln oder praktischen Vorschriften. Das zweite Argument geht von dem im ersten Argument gerade ausgeschlossenen hypothetischen Fall aus, dass doch alle Menschen auf dieselbe Weise glücklich werden wollen. Vorausgesetzt wird also die Situation, endliche vernünftige Wesen ächten auch in Ansehung dessen, was sie für Objekte ihrer Gefühle des Vergnügens oder Schmerzens anzunehmen hätten, durchgehend einerlei. Doch selbst, wenn dies der Fall wäre, wenn, mit anderen Worten, die unbestreitbar vorhandenen individuellen Differenzen in den Glücksvorstellungen nicht gegeben wären, könnte aus dem Glücksstreben des Menschen kein praktisches Gesetz im strengen Sinne abgeleitet werden. Denn es würde gelten, diese Einhelligkeit wäre selbst doch nur zufällig. Der Bestimmungsgrund wäre bloß empirisch und hätte diejenige Notwendigkeit nicht, die in einem jeden Gesetze gedacht wird, nämlich die objektive aus Gründen a priori. Die von Kant für ein Gesetz geforderte objektive Notwendigkeit aus Gründen a priori wäre nämlich nur dann gegeben, wenn das Gesetz zwar auf empirische Sachverhalte anwendbar, aber unabhängig von diesen empirischen Sachverhalten formulierbar ist. Dies ist aber ersichtlich nicht der Fall, wenn das Glücksbedürfnis die Grundlage eines Moralgesetzes sein soll. Denn dieses Gesetz wäre dann von einem empirischen Sachverhalt, dem menschlichen Glücksbedürfnis abhängig, einer Abhängigkeit, die aber dem Begriff des Gesetzes widerspricht. Auch wenn, was nicht der Fall ist, alle Menschen auf dieselbe Weise glücklich werden wollten, könnten daraus lediglich Geschicklichkeitsregeln oder praktische Vorschriften folgen. Die mit der von Kant hier hypothetisch ins Spiel gebrachten Identität und Allgemeinheit dessen, worin die Menschen ihr Glück zu finden meinen, wäre keine praktische, sondern nur eine physische Notwendigkeit. Zitat Kant, Nämlich, dass die Handlung durch unsere Neigung uns ebenso unausbleiblich abgenötigt würde, als das Gähnen, wenn wir andere Gähnen sehen. Soweit zu Kants Exklusion des Glücks aus dem Begründungszusammenhang der Moral. Eine Exklusion, die er sowohl auf der Grundlage seiner Verhältnisbestimmung von Freiheit und Moral, als auch, wie zuletzt gesehen, im Rahmen einer glücksethikinternen Argumentation vollzogen hat. Bevor ich zur Darstellung von Kants Rückgewinnung des Glücksgedankens komme, möchte ich noch kurz auf die Frage nach der sachlichen Plausibilität bzw. nach dem moraltheoretischen Mehrwert seiner Ausscheidung des Glücksstrebens eingehen. Kant hat in der berühmten Eingangsformulierung seiner Grundlegung zur Metaphysik der Sitten die Moralität einer Handlung streng gebunden an das, was er den guten Willen nennt. Es ist, so schreibt er an der genannten Stelle, überall nichts in der Welt, ja überhaupt auch außer derselben zu denken, möglich, was ohne Einschränkung für gut könnte gehalten werden als allein ein guter Wille. Kant will damit sagen, die moralische Qualität einer jeden Handlung hängt letztlich daran, ob der Handelnde dabei von Selbstliebe bestimmt wird oder von einer sozusagen unparteiischen Gesinnung. Wenn jemand primär seinen eigenen Vorteil sucht, dann ist, so Kant, die Moralität seiner Handlung auch dann kontaminiert, wenn es sich äußerlich um sehr gute Taten handelt. Der moraltheoretische Mehrwert der Ausscheidung des Glücksstrebens besteht also darin, dass die nicht mehr am Eudemonismus orientierte Ethik eine, wie es Johann Hinrich Clausen treffend gesagt hat, ideologiekritische Funktion erfüllt. Zitat Clausen, Kant weist nach, dass dort, wo die Anerkennung des Sittengesetzes mit der Rücksichtnahme auf eigene Vorteile verknüpft wird, ein Wille nicht mehr als an sich gut gelten kann. Vielmehr hat hier ein böser Wille nur einen quasi-moralischen Umweg genommen. Als sachlich plausibel lässt sich im Horizont dieser ideologiekritischen Funktion der post-eudemonistischen Ethik auch Kant's beharrend darauf erweisen, dass von einem praktischen Gesetz nur und genau dann gesprochen werden kann, wenn seine Geltungskraft auf objektiven Gründen a priori beruht. Denn Kant meint, dass unser Wissen um die alleinige Gutheit des Guten, des unparteiischen Willens gerade nicht ein Resultat von Erfahrungserkenntnis ist, sondern aller praktischen Erfahrungserkenntnis schon vorausgeht und bei der Beurteilung der moralischen Qualität von empirisch gegebenen menschlichen Handlungen auf diese angewendet wird. Diese Art der Geltung trotz der Unabhängigkeit von vorgängiger Erfahrungserkenntnis kommt dadurch zum Ausdruck, dass die praktische Vernunftforderung der Unparteilichkeit des Willens auch dann gelten würde, wenn es, wie Kant einmal sagt, niemals Handlungen gegeben habe, die aus solchen reinen Quellen entsprungen wären. Allerdings hat Kant auch dort, wo er die Ausscheidung des Glücksbegriffs aus dem Zusammenhang der Ethik besonders nachdrücklich propagiert hat, nicht gänzlich auf den Glücksbegriff verzichten wollen. Er hat nämlich von Anfang an Glück bzw. Glückseligkeit zwar nicht mehr als moralischen Basisbegriff gelten lassen, aber doch als die letztlich angemessene Folge einer Willensorientierung, die von der Reflexion auf den Eigenvorteil frei und insofern nicht mehr eudemonistisch ist. Kant selbst hat davon gesprochen, dass der in diesem Sinne gute Wille, die unerlassliche Bedingung der Würdigkeit glücklich zu sein, auszumachen scheint. Wenn aber von der Würdigkeit glücklich zu sein, die Rede ist, ist das Glück, sozusagen als nicht direkt intendierte Folge der Moral, noch immer oder wieder im moralphilosophischen Spiel. Mit den Einzelheiten dieser moralphilosophischen Rückgewinnung des Glücks ist der nächste Unterabschnitt befasst. Ich komme damit zum Punkt 2.2, die Rückgewinnung des Glücks. Kants Rede von der Würdigkeit glücklich zu sein, verdient es, etwas genauer unter die Lupe genommen zu werden. Mit dem Stichwort Würdigkeit ist dabei die eudemonismuskritische Moralitätsforderung verbunden, während das Glücklichsein einerseits den jedenfalls terminologischen Anschluss an die Tradition signalisiert und andererseits auf Kants anthropologischen Realitätssinn verweist. Wir erinnern uns, dass Glücklichseinwollen verweist nach Kant auf die menschliche Bedürfnisstruktur, von der wir uns als endliche Vernunftwesen nicht distanzieren können. Allerdings lassen sich in der Entwicklung von Kants Theorie, was die genaue Verhältnisbestimmung von Moral und Glück angeht, durchaus Verschiebungen feststellen. Diesen Verschiebungen möchte ich im Folgenden nachgehen. Dies wird in drei Schritten geschehen. Am Anfang, Punkt A, steht ein Rückblick auf Kants Überlegungen zur Ethik vor 1785, also vor dem Erscheinen seiner Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Dabei komme ich zu sprechen sowohl auf den sogenannten vorkritischen Kant, konkret auf die Moralvorlesungen in den 70er und frühen 80er Jahren, als auch auf die moraltheoretisch relevanten Passagen aus der ersten Kritik, der Kritik der reinen Vernunft. An zweiter Stelle, Punkt B, wird die in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten greifbare Veränderung in der ethischen Prinzipienlehre nachvollzogen. Im dritten Schritt, dem seiner Wichtigkeit wegen gliederungstechnisch ein eigener Unterabschnitt, nämlich 2-3, gewidmet ist, wird die Bedeutung der Religion für die Rückholung des Glücks in die Ethik thematisiert. Ich beginne also mit Punkt A und frage nach dem Verhältnis von Moral und Glück vor 1785. Dabei, sowie auch in Punkt B, stütze ich mich, jedenfalls zum Teil, auf die im Jahre 2002 publizierte Bochumer Philosophische Dissertation von Bernhard Milz, die unter dem Titel Der gesuchte Widerstreit als Band 139 der Ergänzungshefte zu den Kant-Studien erschienen ist. 1781, als die Kritik der reinen Vernunft in erster Auflage erschien, hatte Kants Moral-Philosophische Konzeption noch nicht ihre endgültige Ausprägung gefunden. Darauf, dass sich hier eine Entwicklung nachzeichnen lässt, hat erstmals 1960 der Philosoph Dieter Henrich hingewiesen. Zwar kann die von mir gerade dargestellte Entgegensetzung von Glücks- und Moralinteresse als eine durchlaufende Konstante in Kants Ethik gelten. Was aber die Vermittlung zwischen beiden Größen angeht und damit die konkrete Gestalt eben der Rückgewinnung des Glücks, so lassen sich durchaus Veränderungen erkennen. Am Anfang, also vor 1781 und der Sache nach noch in der ersten Kritik greifbar, steht Kants Einsicht in den Konflikt zwischen Moralitätsinteresse und Glücksstreben. Wenn ich bloß auf einen Vorteil in dieser Welt gehe, kann das sittliche Gesetz nicht rein sein. Ist es rein, so hat es nicht Glückseligkeit zur Folge. Mit dieser Formulierung ist eine Konstellation angezeigt, die die Struktur eines praktischen Dilemmas hat. Kants selbst hat hier gelegentlich vom sogenannten Dilemma-Praktikum gesprochen. Im Hintergrund steht dabei der bekannte Sachverhalt, dass sich ein dem Moralitätsgrundsatz entsprechendes, also von Selbstliebe abstrahierendes Handeln nicht lohnt. Denn es hat in der Regel keine Glückseligkeit zur Folge, die wir als endliche Vernunftwesen doch handelnd irgendwie zu erreichen hoffen. Aber in der Realität ist das Gegenteil der Fall. Nun zeigt uns aber die Erfahrung und Vernunft, dass oft die ehrwürdigste Redlichkeit und Rechtschaffenheit verkannt verachtet verfolgt und vom Laster unter die Füße getreten wird. Das Dilemma besteht nun darin, dass so, aufgrund dieser Konstellation, ein rational, konsistentes Handeln verhindert wird. Wer primär am Glück interessiert ist und wer ist das nicht, der muss die Moral in den Dienst des Glücksinteresses stellen. Er relativiert also seine Eigeninteressen nur so weit, wie ihn das an der Erfüllung seines Glücksbedürfnisses nicht hindert. Dies schließt naturgemäß den Grundsatz der gelegentlichen Abweichung vom moralischen Gesetz ein. Ein gut denkender Mensch würde der moralischen Regel folgen, sofern es nur nicht seinen größten Schaden zuwege brächte. Allerdings ist dieser Grundsatz bereits unmoralisch. Wer dagegen primär auf die Moral orientiert ist, der wird im Zweifelsfall sein Glücksinteresse hintanstellen, es also der Moral opfern. Dies aber bedeutet, dass er aller Erfahrung nach nicht glücklich werden kann. Entweder also geht das Glück auf Kosten der Moral oder die Moral geht auf Kosten des Glücks. Hier liegt das Dilemma. Der frühe Kant geht dabei, und das ist wichtig, noch davon aus, dass es sich bei den beiden zum Dilemma führenden gegensätzlichen Interessen um prinzipiell gleichberechtigte Ansprüche handelt. Dem Glücksverlangen steht also, wie es Bernhard Milz treffend formuliert hat, durchaus ein Vetorecht zu gegen die reine Vernunft mit ihrer unbedingten sittlichen Forderung. Zur Auflösung des Dilemmas hat Kant schließlich die Lehre vom höchsten Gut entwickelt. Gemeint ist mit diesem höchsten Gut nicht, wie oft in der älteren Tradition, die höchste Form des Glücks oder gar Gott selbst. Gemeint ist damit vielmehr bei Kant das Zusammenfallen von Moral und Glück oder, anders gesagt, das Zusammenfallen von Tugend und Glückseligkeit. Dieses Zusammenfallen hat aber nun insofern doch etwas mit Gott zu tun, als Kant die Auflösung des praktischen Dilemmas an das Gegebensein einer Voraussetzung gebunden hat. Kant selbst hat das so formuliert. Ein praktisches Dilemma ist ein solches, wo, wenn ich nicht etwas voraussetze, ich mich immer in ein Absurdum Praktikum stürze. Mit anderen Worten, ich muss, damit das Absurdum Praktikum, also eine handlungspraktische Absurdität, vermieden wird, damit ich also weder auf Moral noch auf Glück verzichten muss, etwas voraussetzen. Und dabei handelt es sich konkret um Gott und eine künftige Welt. Denn im Horizont dieser Voraussetzungen kann die an die irdische Erfahrungswelt gebundene Diskrepanz zwischen Glücksbedürfnis und Moralinteresse überwunden werden. Klugheit, die Tugend der Glücksgewinnung, und Redlichkeit, die Orientierung am Sittengesetz, können harmonieren, wenn von der Existenz einer künftigen Welt und entsprechend von der Realität Gottes ausgegangen wird. Das Dilemma Praktikum zeigt, dass Klugheit und Redlichkeit bei der Hoffnung einer anderen Welt beisammen sein können. Dabei handelt es sich allerdings nicht um einen spekulativen Beweis der Existenz Gottes, sondern lediglich um eine durch den praktischen Gebrauch unserer Vernunft uns aufgenötigte Voraussetzung für die Koinzidenz von Moral und Glück. Noch einmal Kant selbst, die Lehren vom Dasein Gottes und einer anderen Welt beruhen auf sicheren Prinzipien des praktischen Gebrauchs unserer Vernunft. Die mit dem Ausblick auf Gott und eine künftige Welt bereits angebahnte Lehre vom höchsten Gut, die dazu dienen soll, Moral und Glück zusammenzuhalten und einen Ausweg aus dem Dilemma Praktikum zu ermöglichen, ist dann erstmals in der Kritik der reinen Vernunft prominent ausbuchstabiert worden. Bevor ich mich den hierfür einschlägigen Ausführungen Kants zuwende, lege ich aber erstmal eine kleine Pause ein und freue mich, Sie anschließend wieder begrüßen zu können. Bis gleich!